Für Ruhm und Ehre, Chad. Was ist bei Twitch passiert in zwei Wochen, als ich da war? Diese Ansicht, habt ihr das auch jedes Mal, wenn ihr das seht, dass das total komisch ist? Also ich finde das immer bei Emil so krass, wie tief der sitzt. Oh mein Gott, man. These guys are fucking ridiculous. I can't fucking race these people at all, man. What the fuck? I don't know what he's doing. Oh my god. Oh my god. Wow, und der ist durchgekommen. That's crazy, dude. Oh, er hat nicht überlebt, schade. Oh, wie geil, wär das denn gewesen? Die... Certified Arca Breaks Moment. Hey, done! I've got Gary. Oh. What's the other guy? What's the other guys name? Brighton Lindauer. For Brighton. Brighton, Brighton, whatever. Oh, I mean, this is a chance to come in and defend... Oh, Gary, what's on your mind? Oh my god. Shit. Wait, this guy, oh, this guy must have a damage of some kind then, I guess. Oh, das ist ein schwieriger Fall. Uiuiui. Eigentlich hätte er ja aufpassen müssen, weil er ja rejoint, ne? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Oh nooo. Oh nooo. Oh nooo. Warte, ist das unser Tombstone? Das ist doch unser Tombstone. Von hier, oder? Tombstone 222. Ja, das ist doch unser Tombstone. Ha! Gutes Rennen. Würde ich sagen. Das kann... Oh. Oh, oh oh. Ooooo. Nein. Nein. Was macht ihr denn? Du kannst doch nicht auf... Alter. Ha! Wundervoll. Fantastisch, gefahren Oh no, was kommt jetzt? Oh, wir wissen alle, was Oh no Oh no Oh no Oh yes What the fuck On the straight Oh, wir wussten alle, was passiert Check the car Yeah, I don't think that was me Würde ich auch nicht sagen That's all Wie hoch? Hat der gerade 8000 gesagt? Oh Okay, will ich Das klingt nicht gut Was ist denn da passiert? Oh Er wurde selber reingelegt Oh Das ist ja witzig Oh, das ist witzig Weil es halt einfach jedem schon mal passiert ist Sof ist strength of field Also die stärkste Feld ist zu deutsch Oh, Emil Moment Mazda? Daytona? What? Irgendwie in jedem anderen Auto sieht Daytona mal super langsam aus Soll ich das schon mal aufgefallen? Aber im Nesca ist das immer Äh Watch out guys Watch out I knew it I knew it Hauptsache noch watch out, watch out Und dann selber Thank you guys Thank you Come on Kevin Thank you for the prime Down the back straightaway One car out of shape That was a hell of a save By Brantley Bryant back there These other guys are wrecking Cadell's upside down Kevin Spencer The boot car light winner Sliding down the back straightaway We stand green One car out of shape It's Smithley Up and into the middle Eight egos Everybody scatter in to avoid him Mercurio That's the Wundersheim Bauer Tristan Baker into the wall Bauer of a pilot in DK gets involved as well We stay green Ist das wie es ist, ne? Das ist auch einfach mit Das geilste Wenn Kommentatoren Absolut Bis zum Anschlag Durchdrehen Wie geil ist das denn bitte? Wow Das hat mir richtig gut gefallen Absolut reingebated, Junge Absolut reingebated So bitter Okay Er bremst aber Da ist der Motor kaputt Okay Was passiert hier? Oh Aber gut gelöst Oh Boah Er überlebt alle Das ganze Minenfeld Wow Das war geil Boah Don't think It's going No No Oh no 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 Y si Amigos Si sos un pelotudo Sos un pelotudo Moment Fährst du mit nem Formula Wheel Nesca? Okay Interessant Ich find das so krass Dass das irgendwie Bei allen immer Auf den Kameras Und ich weiß echt Wirklich immer noch nicht Warum Warum Äh warum Das sieht bei denen halt Gut aus Ne? Wenn du bei mir runter guckst Dann sieht das nicht Also dann sieht das immer So aus Als wenn das abgeknickt ist Ich weiß nicht Ob das an der Perspektive liegt Und er hat die Hände am Lenkrad Gehabt Oh oh Obwohl Ne sieht auch abgeknickt aus Nevermind Amigo Oh das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen Das hat glaube ich irgendwann mal Daniel Morat gemacht Dass man hier das noch sehen kann Das ist echt fancy Muss ich sagen Das ist wirklich echt cool Dass die so das Cockpit weggemacht haben Und da einfach ihr Ihr Wheel gemacht haben Das ist echt cool Das ist eine sehr schöne Idee Ich hab das bei Daniel Morat auch gesehen Das ist echt fantastisch Okay Okay Oh, der Sprit ist alle, oder wie? Nein, Sprit ist alle, come on, push, push, come on, come on, come on, come on, come on, wow, wow, once in a lifetime, ey, wie geil, Moment, da fehlt Flügel, das geht nicht gut, come on, Andre, good stuff, keep it coming, all right, okay, wow, richtig gute Reaktion, ey, ha, 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 okay, wir fahren das, ich finde das so geil, dass Leute mit den normalen Wheels Leska fahren, GG? GG? Das klingt sehr kaputt. Ich bin nicht schade, ich bin nicht schade, ich bin nicht schade, ich bin nicht schade, ist mir auch schon passiert, übrigens im Rennen. Ja, aber ich gucke den Stream von meinem Freund jetzt. Bravo. Wisst ihr, dass wenn ihr so, also wenn der Azitek Entwickler zerbrochen hat, na dann, äh, okay, strongest man in Simracing, würde ich sagen. Kennt ihr so Situationen, die ihr so seht und ihr wisst, es kommt gleich? Boah. Ihr wisst das eigentlich schon? Meistens, wenn schon sowas gesagt wird, wie Three White, weißt du eigentlich schon, boah. Boah, die Dinger immer, die sind richtig geil. Oh, oh nein, ich kann nicht sehen, wo er ist. Woah! Geez! Waren sie bei Ringmeister? War sie bei Ringmeister? Ich hab das gelassen. Ich dachte so, das wäre das Fall. Die muss ja auch irgendwann nochmal fahren, die Ellen Kays. Äh, okay. Gibt es einen Grund, warum man nach innen fährt? Eigentlich nicht, oder? Nicht begeistert gewesen. Oh, das richtet bei mir wirklich physische Schmerzen an. So was, so was richtet physische Schmerzen an. Oh, sorry. Das ist so der Moment, wo man gerne mal sagen würde, das, sorry, kannst du auch für dich behalten. Oh, oh. Oh, falsche Entscheidung getroffen. Na gut, da wäre aber auch nichts passiert. Was ist das für eine Strecke? Was war denn das für eine Strecke? Hey Sascha, moin. Die sagt mir gar nichts. Ah, Red Bull Ring, okay. Die Reaktion am Ende. Ah, geil ey. Das ist eine schöne Folge. Das war wirklich eine fantastische Folge, Mann. Die hat mir sehr gefallen. Diese Crash-Compilations, die holen mich einfach ab.